Servus, was geht? Ich bin's wieder euer Elf, Red Gaming mit einem neuen Plan-Video am Start. Yo, Montag, The Last of Us, Hashtag 01, um 21 Uhr bis 0 Uhr fangen wir, wir fangen ganz normal an mit The Last of Us und dann werden wir sehen, ob das mir liegt, das Spiel, und wir könnten dann überlegen, ob wir den neuen Teil dann nächstes Jahr anfangen, wer weiß. Dienstag, FIFA 20, Uli May Team, Hashtag 03, 18 bis 21 Uhr, da wird Squad-Battles und wahrscheinlich ein bisschen The Wish Rivals gezockt. Mittwoch, FIFA 20 Karriere Stuttgart geht in die zweite Runde und mal gucken, ob wir um den Aufstieg spielen, das werden wir dann sehen, am Mittwoch. Mittwoch, nochmal 19 Uhr bis 23 Uhr, Minecraft Stadtprojekt, Hashtag 15, Minecraft Stadtprojekt, Hashtag 15, 19 bis 23 Uhr. Donnerstag, FIFA 20, Uli May Team, Hashtag 04, 20 Uhr bis 0 Uhr, da wird wahrscheinlich nochmal The Wish Rivals gezockt, Squad-Battle und so, etc. Und vielleicht auch ein bisschen Friendly Match, mal gucken. So, da ich wahrscheinlich die zweite Weekend League nicht mitmache, wird das Wochenende auch anders dargestellt. Freitag, Minecraft Stadtprojekt, Hashtag 16, 19 bis 22 Uhr. Samstag, Best of 7, Hashtag 04, von 22 Uhr bis 2 Uhr, da geht's mit der Runde Gangbeats am Start. Best of 7 gegen Info Blue, ihr wisst bescheid. Sonntag, FIFA 20 Pro Clubs, Hashtag 02 mit den Jungs. Und wir sehen uns dann jetzt dann später um FIFA 20, Uli May Team, mal gucken, ob das 22 Uhr wird. Weil eigentlich war 18 Uhr geplant, aber meine Freundin kommt um die Uhrzeit wieder. Aber, ja, wird ein bisschen knapp, deshalb wäre es blöd. Deshalb machen wir mal 22 Uhr, denke ich mal, draus. Kann auch ein bisschen später oder früher werden. Jo. Bis denne, hau der Rinne, euer Alpharet Gaming. Das ist die Woche von 7. Oktober bis 13. Oktober. Bis denne, hau der Rinne, euer Alpharet Gaming. Ciao. Bis denne, hau der Rinne, euer Alpharet Gaming.